hi leute endlich mal ein neues video ja ich freue mich sehr dass ich dieses video jetzt machen kann ich fahre heute einkaufen bei mein torima und habe mir zwei parfüms gekauft und ja ich stelle euch jetzt am besten einmal vor das ist dieses hier das ist eine panelle parfüm das kostet 2 euro und ja zusammen wir packen das jetzt alles mal aus hier so so sieht es aus ja es riecht so gut das weiß ich weil ich das schon mal habe oder hatte das ist einfach das ist einfach ist nicht so gut für den sommer ist gut geeignet und ja das ist auf jeden fall eins meiner lieben verfügung in diesem jahr und ja ich kann es einfach nicht nur empfehlen so ja sehr gut sehr gut das ist sehr gut dann habe ich mir noch ein parfüm gekauft das war teurer das ist von puma any magic call und ja ich würde sagen es packt es auch gleich mal aus und das kam soviel ich weiß 14 euro ja gebe ich aber gerne dafür aus eine das ist wirklich eine sehr kleine flasche ähm und ja ich finde es total super und ja es riecht auch sehr gut und ja auch ein ja eins meiner lieblings parfüms bis jetzt und kann es wirklich auch wieder nur jedem empfehlen das sich einfach mal zu kaufen weil es ist einfach einfach nur gut und ja ich empfehle es wirklich jeden müsst ihr selber wissen ob ihr das haben möchtet also ich finde es sehr gut ist auf jeden fall sehr gut für den sommer und ja ich finde es gut müsst ihr wissen ob es euch gefällt oder nicht ich finde es sehr gut ich tue es jetzt auch wieder in die schöne verpackung hinein äh mit deckel und ja was gibt es noch zu sagen ich habe meine ich noch viele andere sachen gekauft aber dazu werde ich euch später in einem anderen video was sagen was jetzt auch genau direkt nach diesem video kommen wird und ja ich verabschiede mich jetzt hier von diesem punkt aus ich habe mich wirklich gefreut dass ihr eingeschaltet habt bei diesem video und wünsche euch ein schönes wochenende gebt mir doch einen daumen hoch abonnieren wenn ihr Lust habt wenn euch das video gefallen hat ich kann es wirklich nur empfehlen dieses zwei parfüm zu kaufen und verabschiede mich jetzt leute macht es gut ich hoffe wir sehen uns im nächsten video